Neue Woche, neuer Kadercheck. Wir machen weiter mit dem SC Freiburg und da ist personell gar nicht so viel passiert. Trotzdem gibt es einiges zu bequatschen, deswegen verlieren wir keine Zeit und gehen direkt rein. Ich bin Max, freue mich wie immer sehr, dass ihr mit am Start seid und wir machen es wie in den letzten Tagen. Lass unbedingt direkt mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mindestens einen Spieler habt von Freiburg in einer eurer Kickbacks liegen. Und schreibt in die Kommentare, wer das ist, würde mich sehr interessieren. Und damit ist genug gesabbelt, wir gehen rein ins Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Freiburger haben letztes Jahr wirklich eine überdurchschnittlich gute Saison gespielt. Hinten raus so ein bisschen gechockt, ein paar Punkte liegen lassen, deswegen hat man die Champions League verspielt. Aber es ist immerhin die Europa League geworden. Fünfter Platz am Ende und ich finde das ist auch aller Ehren wert. Christian Streich hat sich festgelegt auf das 4-2-3-1 oder auch das 3-4-3. Personell hat sich gar nicht so viel geändert, trotzdem gibt es Gewinner und Verlierer der Vorbereitung. Und wie das alles aussieht, das schauen wir uns jetzt genauer an. Genau, so sah das Ganze aus. Über weite Strecken in der letzten Saison mit Marc Flecken im Kasten. Dann eben Kübler, Ginter, Lienhardt und Günther in der Verteidigung. Eggestein neben Chico Höfler auf der 6, dann Höhler auf der 10, Doan auf rechts, Gregoritsch im Sturm und der Vincenzo Grifo auf der linken Seite. Und wie gesagt, personell ist gar nicht so viel passiert diesen Sommer beim SC Freiburg. Jön ist gegangen zum VfB Stuttgart, da hat man jetzt nicht allzu viel Qualität verloren. Das war ein Ergänzungsspieler, ich denke, das kann man intern definitiv auffangen. Der wohl schwerwiegendste Abgang ist tatsächlich eben Marc Flecken im Kasten. Für mich einer der besten Keeper in den letzten Bundesliga-Saisons. Gerade auch was Kickbase angeht, ein Monster-Punkteschnitt, auch letztes Jahr überragend gewesen. Er war relativ früh weg beim FC Brentford und da hat man sich jetzt gleich doppelt abgesichert auf der Position. Man hat sich Florian Müller zurückgeholt vom VfB Stuttgart, der kehrt zurück zum SC Freiburg, da war er schon mal. Und man setzt natürlich auf Noah Artubolo hinten im Kasten. Und der Mann hat so ein wahnsinniges Potenzial. Das hat man gesehen in der dritten Liga, es gibt da ein paar Compilations, da holt er wirklich unmenschliche Dinge raus. Könnt ihr euch unbedingt mal anschauen, wenn ihr wollt. Und ansonsten hat er bei der U21 nicht allzu souverän ausgesehen, sage ich euch ganz ehrlich. Da war der ein oder andere, ja Patz hat es übertrieben, aber die ein oder andere Situation, wo er jetzt nicht überragend ausgesehen hat. Trotzdem, der wird seine Chance bekommen in der Hinrunde auf alle Fälle. Er hat aber ganz sicher einen Puffer bis zur Winterpause. Bis dahin wird man schauen, wie performt er. Wenn er gut spielt, dann bleibt er natürlich im Kasten. Wenn er ein paar Fehler macht, muss man sich eben vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ein Torwartwechsel stattfinden könnte im Winter. Aber für den Anfang ein überragender Keeper. Gut 10 Millionen, also ist nicht mehr ganz so günstig wie noch vor ein paar Tagen. Aber wenn man sich mal orientiert am Punkteschnitt von Marc Flecken und schaut, was der gekostet hat, dann ist das ein absolutes Toppreis-Leistungsverhältnis. Also bevor wir uns das gleich nochmal genauer anschauen, gibt es hier eine fette, fette Kaufempfehlung. Und dann hat man sich noch verstärkt mit Junior Adamu. 22-jähriger Stürmer aus Österreich. Interessanter Mann, hat aber nur so lala performt bei RB Salzburg. Das gehört zur Wahrheit dazu. 28 Partien, 10 Treffer, nur 4 Vorlagen. Also wenn wir ehrlich sind, die Statistik von Benjamin Ceschke zum Beispiel, die sah deutlich besser aus. Könnte theoretisch reinrutschen in den Sturm für Michael Gregoritsch. Damit sind wir schon beim Thema. Mögliche Startelf für die kommende Spielzeit. Und da orientieren wir uns natürlich wie immer so ein bisschen an den Testspielen, die man bisher absolviert hat. Und die waren durchwachsen, sage ich mal. Man hat nur eins gewonnen, das erste gegen Zürich mit 6 zu 1. Dann gab es eine Niederlage, 3 zu 2 gegen Wolfsburg im Bundesliga-Test. Und dann zweimal ein 2 zu 2 gegen Straßburg, den Ligue 1-Vertreter. Und es gibt gute und schlechte Neuigkeiten für Freiburg. Die schlechte ist, Christian Günther hat sich im ersten Spiel gleich mal den Arm gebrochen. Und der Saisonstart ist aktuell in Gefahr. Also da weiß man nicht so ganz genau, haut das hin oder haut das nicht hin. Macht er den Philipp Lahm wie gegen Costa Rica oder muss er aussetzen? Wenn der aussetzen sollte, dann gibt es die Möglichkeit, dass Kübler über die linke Seite kommen könnte. Und Sedilla dann eben über rechts. Das Ganze gibt es auch in der Dreierkette, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gibt einen großen Gewinner in der Vorbereitung bisher. Und das ist der Merlin Röhn. Der durfte viel spielen, durfte sich beweisen. Und hat das auch geschafft. In vier Spielen, drei Torbeteiligungen. Und er hat das große Glück, das große Los gezogen, dass Chico Höfler am ersten Spieltag gesperrt ist. Und er könnte gleich mal in die Startelf rutschen, seinen Platz dort einnehmen. Und ich sage euch ganz ehrlich, auf lange Sicht macht er auch hier den Kollegen Maxi Eggestein Konkurrenz. Höfler und Röhl aktuell halte ich für nicht ausgeschlossen. Maxi Eggestein muss auf jeden Fall performen, damit er seinen Platz halten kann auf der Doppel 6. Und damit kommen wir gleich mal zu den Verlierern. Denn Keitel scheint offenbar überhaupt keine Rolle zu spielen in den Planungen von Christian Streich. Da sehe ich Röhl aktuell ganz klar vorne. Und auch Noah Weishaupt hätte sich durchaus beweisen können in der Rolle als linker Wingback für den angeschlagen oder aktuell fraglichen Christian Günther. Und damit kommen wir zurück auf die Dreierkette. Das Ganze hätte dann eben nämlich so aussehen können. Mit Kübler auf der rechten Seite, Weishaupt auf der linken Seite. Dann hätten wir Ginter Lienhardt. Gulda hat da seine Chance bekommen in der Dreierkette. So hat das Ganze ausgesehen. Dann eben mit Höle auf der rechten Seite, Grifo auf der linken Seite, Weishaupt über die linke Schiene. Höfler und Röhl in der Mitte und dann Adamo oder Grigoritsch in Sturm. Aber, jetzt kommen wir zum großen Aber. Noah Weishaupt musste sich einer Trommelfell-OP unterziehen. Die hat ihn komplett außer Gefecht gesetzt. Deswegen hat er sich eben nicht präsentieren können. Und ist für mich vielleicht der Verlierer der Vorbereitung beim SC Freiburg. Und ich habe auch das Gefühl, da passiert nicht mehr viel auf der Abgangseite beim SC Freiburg. Der einzige, der noch so ein bisschen wackelt, ist ja Roland Solloy. Der könnte noch gehen. Das macht den Braten aus meiner Sicht jetzt aber auch nicht fest. Wenn er wirklich gehen sollte, bricht dem SC Freiburg wahrlich keine Zacke aus der Krone. Und Christian Streich schafft es irgendwie immer, neue, junge Spieler an Land zu ziehen, die die Lücke dann auf lange oder kurze Sicht füllen können. Damit haben wir das abgegrast. Und jetzt schauen wir nochmal drauf, wo lohnt es sich wirklich zu investieren und wo vielleicht eher nicht. Und wir starten eben mit Noah Artubolo. Da habe ich eben schon eine fette Kaufempfehlung rausgehauen. Und dabei bleibe ich auch. Denn 10,2 Millionen sind einfach ein unfassbar guter Preis für den. Ich kann mir vorstellen, der ist bei vielen vielleicht schon weg. Aber wenn ihr in einer Liga spielt, wo vielleicht manche Manager nicht allzu viel Effort reinstecken und die den zugelost bekommen haben. Ey, dann kümmert euch darum, dass ihr den von denen abkauft. Keine Ahnung, für 12, 13 Millionen macht den einen schönen Preis. Schmiert denen ein bisschen Honig um den Mund. Und dann sollte das laufen, weil das könnte wirklich ein Game Changer sein. Für den Preis gerade zu Beginn der Saison. Dann Matze Ginter. Und der geht natürlich immer. 33,5 Millionen. Ganz schön teuer. Letztes Jahr ein 110er Schnitt und ich vergleiche den immer so ein bisschen mit Willi Orban. Weil die erinnern mich irgendwie vom Spielertyp sehr aneinander. Vom Kickbase-Punkte-Schnitt. Auch von der Mannschaft, in der sie spielen. Vom Potenzial. Von daher geht für den genauso eine Kickbase-Kaufempfehlung raus wie für Willi Orban. Christian Günther aktuell aufpassen. Meines Erachtens eh ein bisschen zu teuer. Generell schon in den letzten Jahren ein bisschen overpriced. 17,5 Millionen. Er rangiert oft so um die 20. Und dafür macht er mir einfach zu wenig Punkte. 78 im Schnitt. Er hat immer mal wieder eine Vorlage oder auch mal getroffen. Aber alles in allem, finde ich, kann man für das Geld irgendwie bessere Spieler bekommen. Oder Spieler, die zumindest mal mehr punkten. Deswegen würde ich mich von dem gerade zu Beginn erstmal fernhalten. Gulde ist wie gesagt ein Gäbel. Ein kleiner Call, denn der Streich hat in der Dreierkette ausprobiert. Hat ihn da spielen lassen. Könnte gut sein, dass er auch auf diese Formation zurückgreift, wenn es dann losgeht in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Von daher für 750k könnt ihr da überhaupt nichts falsch machen. Würde ich einfach mal ausprobieren an eurer Stelle. Kübler gesetzt 100% zu Saisonbeginn. Entweder eben auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. 80er Schnitt, also sogar besser als Christian Günther im letzten Jahr. Und kostet fast die Hälfte. Also sagt schon alles. Den, finde ich, kann man definitiv auch mal mitnehmen. Das gleiche gilt für Lienhardt. 90er Schnitt im letzten Jahr für 20 Millionen. Also auch der schon ein bisschen teurer angesetzt. Aber ich glaube, davor das Jahr hat er über einen 100er Schnitt gemacht. Und ich meine, davor auch, oder? Ne, 73. Also alles in allem vielleicht ein bisschen overpriced. Aber das kann man mit dem unbedingt auch mal versuchen. Und damit kommen wir zum Mainman. Zu Vincenzo Grifo. Und ich habe so ein bisschen meine Bedenken, dass die Freiburger die Leistung in der letzten Spielzeit konservieren können. Und nochmal sowas hinlegen wie im letzten Jahr. Gerade die Hinrunde war bei Grifo halt einfach überragend. Ein grüner Balken, nachdem anderen teilweise wirklich kranke Dinger hingehauen. Hier 396 gegen Bremen. 322 gegen Schalke. 380 gegen Union Berlin. 254 gegen Stuttgart. Also es war schon extrem beeindruckend. Und deswegen ist er natürlich so teuer, wie er eben teuer ist. Fast 44 Millionen. Ich persönlich finde, in dem Preissegment gibt es Spieler, die einfach mich noch ein bisschen mehr überzeugen. Wo ich das Gefühl habe, die werden gleich zu Saisonbeginn richtig rasieren. Und bei Grifo weiß ich nicht. Im Endeffekt, vielleicht macht er wieder einen ähnlichen Punkteschnitt von, keine Ahnung, wie viel hat er denn gehabt? 140. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, der kommt so bei 100, 110, 115 raus am Ende des Tages. Deswegen, also jetzt zu sagen, kauft Grifo nicht, ist natürlich arg weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich persönlich würde meine Kohle lieber in andere Spieler in dieser Preisklasse stecken. Lieber sogar in den Mahlen oder in den Coman oder in Adeyemi als in Grifo. Von daher würde ich da an eurer Stelle wirklich mit Vorsicht dran gehen. Chico Höfler ist, wie gesagt, zu Beginn gesperrt gegen Werder Bremen. Er hat letztes Jahr einen soliden 70er-Schnitt gemacht, davor sogar einen 100er-Schnitt. Also da hat er wahnsinnig überperformt. Und für 9,7 Millionen, finde ich, ist das ein absolut fairer Preis. Man weiß genau, was man bekommt. Ihr müsst halt abwägen. Könnt ihr es irgendwie kompensieren, den am ersten Spieltag draußen zu lassen, dafür einen 500k-Spieler aufzustellen oder nicht? Sonst, ja, wartet ab bis zum dritten, vierten, fünften Spieltag. Und dann wird er wieder auf dem Markt gespielt. Da wird er nicht großartig teurer sein, da bin ich mir relativ sicher. Dann könnt ihr den da nochmal mitnehmen. Eggestein finde ich aktuell ein bisschen heiß. Eben aufgrund der Thematik, dass Röhl sich da extrem in den Fokus spielt. Und ich würde sagen, über den sprechen wir mal gleich. Denn der kostet nur 512.000. Versucht ihn mal für 8, 900.000 mitzunehmen. Vielleicht sogar eine Million oder zwei. Denn ich könnte mir vorstellen, der könnte spielen am ersten Spieltag. Und vielleicht, wenn er es gut macht, bekommt er noch mehr Einsätze in der Hinrunde. Und dann wird sein Markt nicht locker auf 5, 6, 7 Millionen steigen. Also jetzt zuschlagen, richtig Profit mitnehmen und vielleicht sogar noch dicke Punkte an den ersten Spieltag. Und auch was die Stürme angeht, bin ich ein bisschen vorsichtig. Denn Gregoritsch finde ich super teuer für das, was er geleistet hat. Der hat zwar eine ordentliche Saison gespielt, versteht mich nicht falsch. Aber unterm Strich stehen trotzdem nur 88 Punkte und dafür 25,5 Millionen hinzublättern. Gerade zu Beginn, wenn nicht so 100% klar ist, ob sein Stammplatz gesichert ist oder ob Adamo da wirklich eine Rolle spielen könnte. Umgekehrt gilt das für Adamo. Denn 10,3 Millionen sind eigentlich ganz nice, wenn man sich überlegt. Der hat Chancen, theoretisch bei Freiburg sich reinzuspielen. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie zu teuer für das Risiko, dass er da nicht spielt. Gerade zu Beginn mit der Verletzung mit der Patella-Szene. Also ich finde irgendwie, weder Gregoritsch noch Adamo sind Fisch oder Fleisch im Augenblick. Der einzige, auf den man 100% gehen kann, ist Lukas Höhler zum Start dieser Kickway-Saison. Der hatte letztes Jahr so ein verkorkstes Jahr. Mit 65 Punkten im Schnitt war er natürlich seinem Fußbruch geschuldet. War nahezu die komplette Hinrunde raus. Dann einige Joker-Einsätze, da hat er sogar geknipst teilweise. Dann hat er mal drei Spieler am Stück gehabt, die wirklich überragend waren. Und hinten raus war es dann eher enttäuschend. Aber wenn wir uns die Saison davor anschauen, dann waren das 93 Punkte im Schnitt. Einer der besten Rohpunkte der Liga. Da hat er gezeigt, was er drauf hat. Auch ohne Tore wirklich viele Punkte gemacht. Und wenn er nur Ähnliches zeigt in der kommenden Spielzeit, dann ist es für 13,5 Millionen wirklich ein hervorragender Deal. Da solltet ihr unbedingt reingehen. Und wenn er noch zur Verfügung steht bei euch auf dem Markt, ist es ein absoluter No-Brain. Damit haben wir auch den SC Freiburg abgehakt. Und wie gesagt, neben den Top Guns Ginter und Grifo sind eben auch Artu Bolo, ein Kübler, ein Höhler und ein Röhl absolute Kaufkandidaten. Die würde ich mir mal auf die Scouting-Liste packen und unbedingt beobachte. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Das gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Damit bin ich raus. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.